You know that you only need to say the word I'll go Only one was that I don't want to Ey, das ist ja Hundefutter! Rolf, das finde ich jetzt aber schade, dass ihr euch an den Vorräten verdient, die eigentlich mir vorbehalten sind, hättet ihr ja wenigstens mal fragen können. Ihr habt die Möglichkeit, das Soziale neu auszuhandeln, und zwar in der Praxis. Er darf plündern, aber plündern und unverteilen schließt das irgendwie aus, oder? Du darfst halt den anderen nichts wecken. Was genau ist denn eigentlich der Unterschied zwischen plündern und aufteilen? Glaubst du schützen drängen, den Plündern zurückhalten, aushandeln und auch mal Verzicht üben während aufteilen. Merkt ihr, was hier passiert? Wir reden miteinander. Ich finde das sofort. Ich kann diese sachliche Herangehensweise mit meinem Selbstverständnis, ja, das krieg ich einfach nicht zur Deckung. Ja gut, dann bleibt eben alles nach oben drin und zugeteilt wird nach Bedarf. Soll ich einen Blick nach draußen werfen? In die Welt, die wir alle hinter uns gelassen haben? Natürlich nicht. Sie existiert ja nicht mehr. Darum, was auch immer euch an diesen Ort geführt hat, diese Traumlocation ist ein Sechser im Lotto. Also fühlt euch wohl, nistet euch ein, macht's euch gemütlich. Ich geh da jetzt raus. Ich leg da jetzt mein Traum von Freiheit. 2 3 3 4 5